Melvin, du bist bereit. Was ist los, Melvin? Ja, ich mach bereit, alles klar. Melvin, was ist los? Ich schmeiß mein Handy in den Mixer. Ja, mach das, mach das und film das. Mit deinem Handy. Ah, du bist lustig. Wenn du wüsstest, was Melvin gerade von mir erhalten hat. Das ist nicht jugendfrei, das kann ich hier nicht sagen. Melvin ist unkrieg, bei Melvin ist es nicht genau gleich. Ich bin jugendlich, doch. Genau. Trotzdem bist du nicht jugendfrei. Nein, ich hab heute von Mann zu Mann mit ihm gesprochen. Er ist älter als du. Aber ich kann dir davon einen Screenshot gerne schicken. Melvin, wie alt bist du? 14. Ich auch. Ich bin doch nicht älter als ich. Ach, und ich hab ein neues Hintergrundbild bei WhatsApp jetzt drinne. Schwarz-Weiß-Drachen. Melvin, welcher Monat? Ähm, Juni. Juni? Juni. Oh Gott, nein. Da bin ich älter. Nee. Mei. Verbietig. Ich bin älter als ein Döven. Egal. Guck auf dein Handy, ich hab's dir gerade geschickt. Kommt jetzt. Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum er verstört ist. Wer ist da bitte nicht verstört? In hierhin. Oder dahin. Welche Farbe ist Ike? Ich bin rot. Ja, wohin denn jetzt? Drei Zeilen? Gehen alle dahin, wo wir markiert haben. Genau. Dann geh ich dahin. Äh, tolle. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Nee. Ey, das ist... Nee, ihr geht in die Stadt. Haut ab, das ist meine. Verschwinde. Nein. Das ist meins. Boah, ehrlich. Das ist das große Haus markiert. Das ist meins. Olaf, du Arsch. Ich hab gesagt, das ist meins. Fuck, du tot. Gut, dass ich da nicht hingegangen bin. Ja, zum Glück bin ich auch nicht da hingegangen. Olaf, du darfst hierbleiben. Ich erlaube es dir jetzt. Olaf, dort vorne in dem Haus ist auch noch eine Kiste. Ja, gut. Vorne hat meine Waffe auch gesammelt. Und diese im Haus wäre ein Lichtwörter gewesen. Mhm. Ich würde sie recht erfolgen, wie ein Inder. Nein. Oh, guck mich. Nein. Ich kann auch eine Chineser machen. Ja, Mann. Ja, dann spleche ich nicht. Nee, sag ich. Guten Tag, Mann. Ich hab noch einen. Malabalabalabat. Hallo, molla dingdong. Hallo, molla dingdong. Hallo, molla dingdong. Du hast die Minis, eigentlich? Äh, ich kriegste gleich. Ich hab noch einen. Ich kann es nicht. Oh, ich sollte deine Karte vielleicht mal holen. Äh. Warte, warte. Äh, i hier. Wäre echt geil, wenn jemand meine Karte holen könnte. Ja, ja, warte. Oh, die nehm ich gerne. Geh ich noch runter angeln. Äh, mach Platz, dicker. Ja, 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 ja. Ich hab nur ne Pistole. Ich hab noch. Ich hab noch ein paar. Noch ein paar Sekunden. Ist da jemand drin? Ja. Ja, da ist jemand drin. Der hat mich ja umgewacht. Man tötet ihn. Warum lässt du dich auch umbringen? Spaß, ey. Ähm, ja. Jo, ich hab ne lilanes Sniper. Wachbezüge. Das macht Spaß. Wo ist deine Karte? Auf dem Dach. Olaf, deswegen angelt man. Man kriegt sogar goldene Waffen raus. Auf dem großen Haus auf dem Dach. Die ist jetzt weg, Melvin. Null Sekunden. Die ist verfallen. Ja. Thrilling Down. Von Jerango. Wenn man kann heißen. Angestelle ist weg. Müssen wir zur nächsten. Aber ne lilanes Sniper. Äh, da liegt was goldenes. Ne, doch nicht. Ist weiß. Melvin, konfrontation mit Unschwert. Von dem Auto. Ne, von hier. Von Schall drauf. Ne, ne. Das ist weiß. Das sieht meist aus von hinten. Als ob das, äh, Dings ist. Jetzt nimmst du die goldene Waffe. Und dann rechts. Ich räche dich. Wo ist deine Karte, Benni? Meine Karte ist, äh, diese. Da hinten. Auf der Insel. Ich bin nicht kompetent, die zu finden. Ich wusste nicht, wo die genau ist. Ich hab's dir dreimal gesagt. Ah ja, aber ich schieb nicht. Ja, aber auf dem Dach war sie nicht, Mann. Auf dem Dach war sie. Und du bist zu spät einfach aufs Dach gekommen. Weil du vorher noch eine Chester. Also, mal ganz ehrlich. Ihr hört euch gerade an wie so ein altes Ehepaar. Ich hab einen. Gekillt? Olaf ist da der Inkel. Nö, der ist da noch. Brauchst du Hilfe? Bei mir rennt ihr ums Haus. Schaffst du? Nein! Der hat kaum noch Leben, der Arsch! Hab ihn. Äh, mehr. Oh, das... Was war das? Nee, die ist da. Moin. Ich hab aber leider keine Bazooka. Oh, der hat ne goldene AUG, alter. Und noch ne Pumpgun. Oh, das Heil-Ding würde ich gerne nehmen. Danke. Wirklich mehr Sinn. Warte, komm. Ich geb dir mal die hier, weil die mit der kann ich nicht mehr. Also, wirklich mehr Sinn. Oh, danke. Ja, und jetzt muss ich finishen. Ai, ai, ai. Noch einmal drauf. Ai, ai, ai. Und jetzt nochmal drauf. Melvin, was machst du? Ja, und jetzt nochmal drauf. Schieße. Aber nicht richtig, oder? Doch. Doch, er trifft. Oh, in 2 von 4. Ui, ai, ai. Ja, genau. Und jetzt noch die anderen beiden. Die sind tot. Aber hier sind noch welche. Pass auf. Mit das? Mit das? Du hast jetzt eine zweite goldene Snap. Nein. Äh, salve. Ich hör aus Westen noch irgendjemand. Shit. Keine Bazooka oder so. Links. Äh, hier ist ne Heil-Bazooka. Ah, ah. Ich bräuchte ich nur was auf die mittlere Distanz. Also ein Sturmgewerbe wäre hier bei mir jetzt gerade ins. Das wäre schön. Nee, nicht der Schneemann. Nicht mal. Nicht der Schneemann. Geh doch mal. Geh doch mal weg, Schneemann. Ey, willst du mich verarschen? Fuck, wie kackt das? So, jetzt. Er mag dich. Ey, das war aber gerade nervig. So, wo ist die? Alles für mich. Wo ist sie jetzt hier? Ich seh nicht, hier auch Wusel. Warte, da ist Muni. Die will ich. Da wird geschossen und ich hab ne Kiste. Mit hier, äh. Wo ist die? Wo ist der? Ich hab so ne, äh, äh, Waffen-Aufgaben-Waffe, äh, ihr wisst Bescheid. Benni, du bist mein Machtgeist. Du musst mir helfen. Oh Gott. Rip, äh, Melvin? Hä? Nein, nein, nein. Ich werd, wir werden geschossen von da hinten. Ja. Scheiße, knapp vorbei. Oh, ja, ja. Millimeter vorbei. Ist genauso gesehen. Oh, Alter, wieder Millimeter. Oh, scheiße. Der Spanke ist drei Millimeter vorbei. Krass. Jetzt. Benni. Ja, 100 Zähler, Schilt-Hit. Haben. Oh, geil. Melvin, ich brauch dann hier. Mhm. Also, Benni, du bist mein Machtgeist, der mich, äh, gerne, äh, für meine Fehler hinweist. Du bist ein Fehler. Nee. Schiff gefunden. Fehler, dass ich gestorben bin. Das war jetzt nicht meine Schuld, ne? Ich glaub, eigentlich schon. Ich hätte wieder gelebt. Ah! Hallo, Leute, was machen wir jetzt mit dem Schiff hier? An Land fahren und, ähm, AAH! Ike! Ja! Ich kann hier nicht mehr, doch. Scheiße. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich darf mich von Ike treffen. Nee. Machtgeist. Nein. Lass dich mal, Alter. Scheiße. Nein. Mein Machtgeist ist komisch. Ist irgendwie böse. Dann töd ihn! Das war jetzt gut. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, dö. Hey, hey, hey. Olaf hat den Grund im Ramm. Töte ihn. Wen soll ich töten? Nein! Nicht den Berg runter! Ah! Okay. Olaf? Okay. Du hältst jetzt den Wagen an. Und wir reden jetzt mal... Oh Gott. Das kann nur böse enden. Okay. Oh. Ähm. Warte. Tut mir leid. So. Okay. Also. Halt den Wagen! Tschüss! Das? Terminator-Style. Olaf! Boah, das ist ein guter Schock, Alter. Au! Ja! Boah, hab ich nicht... Oh, dann hör mal auf den. Ah! Spaß. No. Ja, okay. Du weißt. So. Ich bin gut gerüstet, würde ich sagen. Ja, warte. Na? Du? Lass mich fahren. Wegfahren, wegfahren! Nein! Jetzt fallen über die Klippung, springen runter. Dann sterben beide. Danke. Wow! Warum wird bei dir noch das Boot angezeigt, Melvin? Weiß ich nicht. Das Boot liegt mir noch angezeigt. Bäh! Wird das bei dir auch noch angezeigt? Nein! Äh! Äh! Ich bin gerade durch das Auto gefahren, Alter. Soll ich irgendwas dazu sagen? Bitte nicht. Da hinten waren nur Gegner. Olaf, mach weiter. Lock die Gegner zu uns. Hier sind wir. Oh, Olaf. Oh, Mann. Guck mal, es ist wieder im Wasser. Ich habe es in die Wildnis entlassen. Lass das frei. Ey, Olaf. Tore kommt. Ich hätte das Boot nicht wegwerfen sollen. Ja. Ich könnte es wieder mal jemanden sagen. Da hinten wird gebaut. Mhm. Olaf, ich bin auf Melvins. Das tut mir leid. Eieiei. Wer war das denn jetzt mit dem miserabelsten Schuss? Ey. Zeig mir mal, wo die... Ich wollte den... Das war Melvins. Ha! Kill! Wow. Ich beeile mich jetzt ein bisschen mehr als das. Melvins verreicht gleich in der Zunge. Ah ah. Doch! Doch, du so. Wie er auf mein Macht gestern soll. Olaf, du auch. Ach, nee. Ach, nee. Nee, nee. Nee. Oh, oh. Oh! Fein. Lauf! Ähm. Ich hab'n Medi-Kid dabei. Ich hab'n Säusein, Leute. Hab' ihn noch. Ja, passt auf. Zurecht ist einer mit Sniper. Nicht nur einer. Medi-Kid. Bin ich mit. Ich merk' schon. Äh, ich mein' Ähm. Natürlich. Gebt mir bitte weg. Ich hab'n Säusein. Nein, nein. Wir müssen da. Da. Yo! Wie ist der Schaden los? Dann. Hilfe! Oh. Einer genockt. Levin! Ey Mann. Im Link bekommen wir. Eik. Komm. Wofür geh hin. Bleib mir. Biss nicht. Man! Jetzt stirb doch mal, du Bastard! Was ist das? Was ist das? Mann! Ringebeats mit anfassen, würde ich sagen. Ja, Tobi.